Liebe Bürger von Mecklenburg und Vorpommern, liebe Bürger von Mecklenburg und Vorpommern, Frau Präsident, ich drehe mich jetzt mal um, ich bin da gendertechnisch nicht so bewandert, habe mir aber sagen lassen, dass es heute nicht immer so ist, dass was weiblich aussieht, auch zwingend weiblich ist, deswegen möchte ich nachfragen mit der Bezeichnung Frau. Mit der Bezeichnung Frau fühlen Sie sich nicht diskriminiert. Herr Professor Weber, ich erteile Ihnen für diese persönliche Anfeindung einen Ordnungsruf. Es ist keine persönliche Anfeindung, das ist die Nachfrage, ob die geschlechtstechnische Bezeichnung diskriminierend verstanden wird. Ich hätte normalerweise jetzt fortgeführt mit Hohes Haus, aber nach dem Eindruck, den ich gewinnen konnte, dass es eher ein Kindergarten ist. Deswegen sage ich jetzt, werte Kollegen und liebe Gäste,